T-T-T-A-N-Shoffle Weiter geht's zu Super Mario Orbeez zu... Ich denke, einen Mond werden wir uns noch schnappen Ich weiß auch schon welchen Dazu muss ich dieses Schafchen locken Da gibt's doch halt eine gewissen Stelle Okay, das kann ein bisschen dauern, um die Schafel da wegzuschreiben Das war das erste von Glows 3 Das war das erste von Glows 3 Okay, eins fehlt noch Und das könnte wirklich nicht so sein hier Da Falsche Richtung, du Schaf Alter Du gehörst mir jetzt und gehst da hin Du lösst Schaf jetzt kommst du Oh yeah Danke sehr Den haben wir uns verdient Bis zum nächsten Mal und ciao Oh Oh